Jo moin Leute, willkommen zu diesen Productions zur zehnten Woche am College Football. The Season 2020 to 2020. Let's go. Heute um 1.30 Uhr. North Carolina State unterliegt Virginia Tech. 22 zu 35. Dann morgen um 2 Uhr. BYU gegen East Carolina. Das Ganze geht 28 zu 31 aus. Für East Carolina. Dann um 18 Uhr. Penn State unterliegt Ohio State. 22 zu 35. Iowa State unterliegt Gewinn gegen Oklahoma. 31 zu 13. Dann um 18.30 Uhr. Virginia Gewinn gegen Miami Hurricanes. 24 zu 21. Um 1.30 Uhr. Louisville gegen Wake Forest. Das Ganze geht 20 zu 12 aus für Louisville. Nebuesca gewinnt gegen Illinois. 13 zu 9. Georgia verliert gegen Florida Gators. 28 zu 31. Dann zwei Saturday Night Football Games. Um 1.30 Uhr. Michigan. Gewinn gegen Michigan State. Knapp 31 zu 28. Dann Texas A&M gegen Ole Miss. 3 zu 7 für Ole Miss. Und um 2 Uhr. North Carolina unterliegt Pittsburgh Pintas. 13 zu 22. So, das war's vom Woche 10 im College Football. Season 20, 22, 22, 22 und die Frühprediktion. So, lassen. Like da, lassen aber da. Ciao. Wie bitte! Wie bitte! Wie bitte! Vielen Dank.